Da habe ich mich erschrocken. Laufen. Mach hin, mach hin, Kleiner. Das war schon wieder so knapp? Der Arm ist kleiner. Ich bin schon drin. Oh Mann. Ach Mütterchen, vielen, vielen lieben Dank. Wenigstens eine Seele hat ein bisschen Mitleid mit uns. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo. Wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Ab jetzt fängt er an, schwierig zu sein. Weihrauch. Derselbe, den Mutter immer verwendet hat. Weihrauch und Kräuter. Alchemisten wissen bereits, was die Leute zu ahnen beginnen. Das Böse existiert nicht nur in den Köpfen der Infizierten, in den Körpern. Entschuldigung. Es umgibt sie auch. Aus diesem Grund hält die Bevölkerung auch die Luft, deren Gestank die krankheitserregenden Stoffe und damit auch die Pest selbst ankündigt. Was? Hält die Bevölkerung die Luft, deren Gestank die krankheitserregenden Stoffe und damit auch die Pest selbst ankündigt? Ach, für einen Auslöser der Seuche. Um das große Böse abzuwehren, reinigen sie die Luft deshalb durch Verbrennen von Kräutern und riskieren dabei, dass ihr ganzes Viertel in Flammen aufgeht. Damals hatten sie keine Masken. Die Pest, die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zuhause. Sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat dem Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen, aber niemand hört mehr auf die alte Clairvy, also. Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen, aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Mach ich gleich. Ich find's schön, dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben mit dem Playstation 5 Update. Ich find die Haut der Kinder auch so schön. Dass die halt auch nicht so super perfekt sind, sondern halt auch wieder so ihre Ecken und Kanten haben. Kleinere Narben. Gerade auch bei Amicia. Mich krabbelt hier gerade ein Haar. Gut, ich hab das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Das Leder. Sie hat gesagt, im Hof, oder? Leder. Gut, dann an die Arbeit. Mal schnell gucken. Die hat hier so ihren kleinen Kräutergarten. Da ist wieder was zum Durchkrabbeln. So, da seht ihr, was wir noch alles finden können. Wird ein Gegner am Kopf getroffen, ist er sofort tot. Während Amicia ihre Schleuder repariert, nutzt sie die Gelegenheit, ein paar Materialien auszutauschen. Das verbessert die Geschwindigkeit ihrer Geschosse, sodass Kopftreffer nun tödlich sind. Gedrückt halten zum Machen. Wir können den Beutel noch verbessern. Ja, das werden wir alles Stück für Stück brauchen hier. Okay, das Herstellungsmenü kann ich auch so öffnen. Ich brauche also nicht zwingend eine Werkbank dafür. Erinnert mich daran, falls ich das das nächste Mal vergesse. Ach, und? Viel besser. Vielen Dank, Clervie. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf! Sei still! Kinder, macht nicht so viel Lärm! Ich will zu Mama! Sei still! Du bringst uns noch um! Mama würde uns beschützen! Genug jetzt! Ich will zu Mama! Mama ist tot, Ugo! Du siehst sie nie wieder! Papa auch nicht! Amicia! Du, du lügst! Sie wurden beim Haus getötet, alle beide! Also sei still! Du lügst, du lügst! Ich hasse dich! Bitte hört auf! Ugo, nein! Ugo, warte! Nicht rausgehen! Das ist doch verrückt! Ich habe vergessen, einen neuen Controller zu nehmen. Jetzt ist er ausgebüxt, ist uns da durchgelaufen. Ugo, komm zurück! Aber dass er halt wegläuft in so einer Stadt, in der er sich gar nicht auskennt, ist halt auch nicht wirklich logisch. Was macht der denn? Ich weiß ja auch nicht. Ugo, ich weiß, du hast Angst. Ich weiß! Du vertaust mir nicht! Oh nein, wir müssen uns nur umbringen! Ugo, bitte! Es tut mir leid! Warte! Das hätte sie vielleicht... Oh je! So viel Blut hier! Oh Gott! Ugo! Ich hätte dich nicht anschreien sollen! Hör mir doch zu! Nein! Hör mir doch zu! Es tut mir leid! Nein! 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 Lass ihn los! Da warst du also die ganze Zeit! Nein! Wartet! Wir wollen hier nur weg! Ich... Ich wollte das nicht! Amicia! Amicia! Ugo! Ich... Ich... Ich komme! Es tut mir leid, aber du hast meinen Bruder bedroht. 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 Ugo, du wurdest bedroht! Bitte! Er darf nicht tot sein! Er darf einfach nicht tot sein! Ugo! Soll es Ugo nicht tot sein oder der Typ, den du erschossen hast? Lass mich los! Ah! Lass mich los! Ah! Hör mit der Zappelei auf! Amicia! 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 Tu ihm nicht weg! Er ist doch mein Kind! Nein! Schwing mich weg! Diese Rüstung hat Äxten und Schwertern standgehalten! Hm? Gegen die Rüstung zu schießen ist... Ah! Ich bin... ein wenig eingerostet! Ah! Da musst du dich schon mehr anstrengen! Oh! Wie war das nochmal hier? Du entkommst mir nicht! Mühe oder später! Oh je! Ich weiß nicht mehr, wie ich... Ich wusste... Ich fand den Kampf damals schon ätzend! Komm schon, Konrad! Zeig ihnen, wozu du im Stande bist! Okay, wie macht man den Platt, den Dude? Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Irgendwas mit der Schulter hinten! Ja, ja, ja! Rüstungsteile schießen kann ja jetzt mal bitte! Ah, jetzt verändert der sein Movement! Aber ich brauche nur einen Treffen! Nur einen! Das glaube ich dir sogar! Ah! Ich kann nichts dafür, dass deine Mutter dich nicht geliebt hat! Zeig ihnen, wozu du im Stande bist! Ah! Ich bin nicht konkret! Der Gakusan, Hallöchen! Und 3D-Druck, Hallöchen! Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Ich bin ein wenig eingerostet. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Ich? Ich kling mich nicht, dass du tot bist. Amicia, Amicia. Ja, weiter so. Das reicht. Bringen wir es hinter uns. War das knapp. Oh, war das knapp. Sie musste doch. Sie hatte doch keine andere Wahl. Das war es mit Konrad. Ist ja wie mit dem echten Leben. Genau, er hätte sonst uns getötet. Wir hatten gar keine andere Wahl. Er hatte fest, vor uns zu töten, während wir uns nur verteidigt haben. Ich entchattelte ihn. Kapitel 3, Vergeltung. Ich liebe das Spiel. Es bockt halt einfach richtig. War es denn heute noch Konrad? Mein Ex-bester Freund. Selbe Schreibweise. Ich hätte gerne wieder ein paar Steine. Ich habe nämlich keine mehr. Ich habe alles verschossen. Ich kann da an dem Bänken nicht vorbeigehen. Da war... Geh doch weiter. Geh doch... Deswegen konnte ich nicht weiter, weil ich Ugo nicht an der Hand hatte. Schwefel haben wir jetzt gefunden. Schwefel ist also etwas, das wir brauchen, um etwas herzustellen. Hier, sieh mal! Ein zerbrochenes Fenster und eine Leiter. Vielleicht kommen wir da raus. Gucken wir auch gleich. Wir schauen uns nur noch ein bisschen um. Mal schauen, was wir hier noch sehen. Da liegt was. Alkohol. Wahrscheinlich auch zum Basteln. Sonst hätten wir jetzt eine Meldung bekommen, dass wir uns das angucken können. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Aber ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Diese Angst um ihre kleine Seele hat. Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Diese aus mehrfachen, aus einfachen Materialien gefertigten Ketten werden zum Beten verwendet. Das ist halt auch etwas, wo ich mir so denke, aha. Verbarrikadiert. Wozu soll das gut sein? Das verhindert, dass hier jemand rein oder rauskommt. Dass es Regeln für eine Religion gibt, finde ich halt auch schon ein bisschen traurig. Das schöne Glas. Kletter hoch. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Ugo. Vertraue mir. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht. Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte. Es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Sollten wir. Aber er sagt, es ist gefährlich. Ist es der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein. Er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten. Das bezweifle ich. Stoff brauchen wir auch zum Basteln. Noch mehr Schwefel. Da ist noch mehr Alkohol. Haben sie das auch ins Wasser getan? Da ist Leder. Immer schon gucken, dass wir hier nichts übersehen. Leute, bei euch ruckelt das Bild nicht, oder? Weil ich habe wieder das Problem, dass es bei mir ruckelt. Alles flüssig. Perfekt. Dankeschön. Salpeter. Das hier ist ein kleiner Friedhof und das ist ein Blümchen. Blumen, die sind wunderschön. Die sind wirklich niedlich. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Ugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh. Na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Ugo. Wie süß er ist. Nelken. Wir haben in diesem Spiel nämlich auch ein Herbarium und das finde ich total schön. Nelken werden auch als Gottesblumen bezeichnet. Manche führen diesen Namen auf ihre Schönheit zurück. Andere beziehen sich auf Legenden, laut derer sie aus dem Blut von Christus Wundmalen oder den Tränen der Jungfrau Maria entstanden sein sollen. Sie gelten daher als Symbol für Liebe, Leidenschaft und Hingabe. Ihren Blütenblättern wird eine febersenkende Wirkung nachgesagt und den Essig eingelegt soll man damit Pestbeulen reinigen können, was ebenfalls zu ihrem guten Ruf beitrug. Ich finde das wirklich schön. Ich hoffe, dass ihr diese liebevollen Details beibehalten im nächsten Teil. Steine, sehr schön. Und nochmal ein bisschen Stoff. Da blinkt auch noch was. Und Schnur. Wie war das nochmal? Kodex. Wenn es rot leuchtet, fehlt uns noch was, ne? Ja. Wenn wir das nochmal hier, wenn wir die Bänder nochmal aufstocken, verringern wir die Zeit, in der sie ihre Schleuder hervorholt. Verringert die benötigte Zeit, um mit höchster Präzision zu schießen. Bietet Platz für zwölf Materialien eine Art, finde ich nicht unwichtig. Bietet Platz für bis zu zehn Geschosse eine Art, finde ich auch nicht unwichtig. Brennen und Ausweichen machen weniger Lärm. Auch nicht unwichtig. Oh je, da müssen wir nachher mal gucken, was wir priorisieren. Ich wollte ausholen, aber okay. Ihr schon wieder? Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte, jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert Derun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich... Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kamen und sie... Sie kamen und sie nahmen. Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort. Unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Ich... Laurentius. Laurentius. Nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius' Hof weisen. Doch dann... Möge Gott euch behüten. Ich würde sagen, da flaschen wir uns ein. Alles ruhig. Kommt. Und bleibt vor allem stets im Lichtschein. Pater, warum wurden Kreuzer auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen. Immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Bruder Morell? Wartet hier. Joi, joi, joi. Bruder Morell! Bruder! Man ahnt nichts Gutes. Stimmt was nicht? Pater! Als würde ihn Bruder sie spüren. Nein, nein, nein! Oh, 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 mein Controller! Oh, 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 oh. Oh, oh! Schmenk! Pater, nein! Das nicht! Oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 oh! und davon gefressen zu werden es diese Fackeln. Tja. Wo ist denn der Leichnam von dem Vater? War der nicht hier? Ist das alles, was übrig geblieben ist von ihm? Ähm. Stream wollte ich heute bis zwei, drei so ungefähr. Ich wollte schon so sechs Stunden von dem Spiel gespielt haben. Weil das gerade gefragt wurde. Die sind sehr gründlich. Oh ja. Brennt, ihr kleinen Ratten. Brennt. Ja. Ich gucke, ob hier noch irgendwas zum Einsammeln ist. Ja, ja, gleich. Ich will ja gucken, ob hier noch was ist, das ich brauche. Das ist ein Albtraum. Sie müssen hier raus, Amicia. Ich weiß. Los, weiter. Das kommt doch wieder auf YouTube. Das ist ein Mönch. Der andere Bruder. Oder zumindest eine Hälfte von ihm. Wir müssen da raufklettern. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte. Beruhige dich. Da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was dann? Wir finden eine Lösung. Kann ich nicht nehmen. Ich verstehe nicht, warum es so viele sind. Feuer. Wir brauchen Feuer. Das Holz verbrennt schnell. Wir müssen uns beeilen. Okay. Zeitdruck. Das Licht beschützt uns. Verstehst du? Na gut. Das sucht sie also heim. Ratten. Der Priester erwähnte einen Weg nach draußen durch die Krypta. Da stand gerade, dass uns das Feuer verbrennt, wenn wir nicht aufpassen. Wir müssen es also rechtzeitig loslassen. Amysia, die drei Statuen. Die Krypta der drei Heiligen. Das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Einen anderen Weg. Hier? Ich werde dir helfen. Ja. Stöckern? Irgendwo? Holz? Irgendwo? Da oben, Amysia. Die sollte ich runterholen können. Wir haben sie alle gefressen. Nicht hinsehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Das ist furchtbar. Ich weiß. Komm weiter. Können wir jetzt irgendwas herstellen? Nö. Uns fehlt noch ein bisschen was. Wir können nichts mehr mitnehmen. Die ist zu. Da können wir nach oben. Da müssen wir auch nach oben. Wir können hier nirgendwo hin. Komm, hoch mit dir. Na gut. Also es ist ein sehr stimmungsgewaltiges Spiel. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und dann können wir jetzt was herstellen. Ah. Ich werde das da runterschießen müssen. Das hätten wir erledigt. Ich gehe zuerst. Ich, ich, das, ich, die ganze Zeit krabbeln diese Viecher in meinem Controller, ne? Was haben wir denn hier? Hier sind offensichtlich keine Ratten. Hier ist es zu hell. Was ist das? Hilft das gegen die Ratten? Nein. Das riecht nach Bier. Sie müssen es hier gebraut haben. Sudkessel. In Klöstern, die ein Ort der Stille und des Gebet sind, kann man wahre Handwerkskultur beobachten. Ob im kulinarischen, Textilien oder künstlerischen Bereich. Lange Zeit war es allein in München, durch Erlass Karls des Großen höchstpersönlich vorbehalten, Bier zu brauen. Diesem Getränk zu verdanken? Diesen Getränk verdanken offenbar auch mehrere Dörfer ihre Rettung, da es durch das Erhitzen bei seiner Herstellung keimfrei gemacht wurde. Jetzt bin ich aber wirklich fast voll. Das ist tragisch, weil ich liebe Loot. Das ist tragisch, weil ich liebe Loot. Das ist tragisch, weil ich liebe Loot. Vielen Dank.